hallo leute es gab leider es gibt leider ein paar tonprobleme ich konnte es leider nicht aufnehmen deshalb müsste ich es mit einem alternativprogramm aufbänden was überhaupt nicht geklappt hat ich lade es jetzt trotzdem hoch ich hoffe ihr nehmt es mir nicht zu übel die nächsten videos werden auf jeden fall wieder mit zonen sein weil auch keine ahnung ja ich wünsche euch natürlich jetzt noch viel spaß mit dem video ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020